So, ich berichte jetzt mal live vom Bootcamp und stelle euch meine neuen Mates vor und somit das neue Attacks Female Team. Fangen wir doch mal bei Nigga an. Nigga, magst du mal kurz was über dich erzählen? Nee. Ja, natürlich. Ja, wie heißt du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ja. Ja, ich heiße Nicole. Ingeben heiße ich Niki. Ich komme aus Baden-Württemberg. Oh, genau. Wollte ich gar nicht wissen. Doch. Das kennt eh keiner. Ich bin 21 Jahre alt und was noch? Bist unser AWP-Monster. Ja. Gut. Machen wir mal weiter mit der Julia. Ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich bin die Julia. Stell dich auch mal kurz vor. Ja. Mein Name ist Julia. Oder auch Julie. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus NRW und bin das Küken. So, dann haben wir noch Antonia. Hi. Ich bin Antonia, wie man gerade schon gehört hat. Im Game ebenfalls Antonia. Ich bin 20 Jahre alt und bin die Ansagerin im Team. Cool. Krasses Ding. Kommen wir mal zu unserem Schlusslicht. Ja. Hallo, ich bin die Verena, Akanola Siri. Ich komme aus Holzgabinne Stuttgart und bin 20 Jahre alt. Du bist krass. Ich bin krass. Sie ist krass. Ja. Und mich kennt ihr natürlich. Ich bin Pony und ich bin Stiegel-Monster, glaube ich. Ja. Und jetzt führe ich mal die alle hier rum. Ja, warte. Kommen wir mal her. Was?